Let me hop out the motherfucking Porsche I don't wanna if that ass don't sit like a horse I be ballin' on these niggas got me feelin' like sports Hallo Und ja, heute zocken wir Hitman, das Spiel an, das Spiel schlechthin, das Agentenspiel schlechthin Das zocken wir heute an, ja, ich freu mich schon richtig darauf Das letzte Mal, als ich Hitman gezockt hab, das war schon ewig her, auf jeden Fall da war ich bei meinem Cousin Und da hab ich Hitman, Bloodly Money, glaub ich, war es Hab ich gezockt, das war schon gut, also ja Und jetzt zocken wir einfach mal, ja, das neue Hitman an, also das neueste Hitman Okay, da ist unsere Zielperson Oh yeah Okay, verstanden Ach du kacke Scheiße, ist die Area Clear? Ah, da sind so viele Beamte Oh fuck Es sind immer ein Zielpunkt oder so Man muss wirklich Genau wissen, wohin man hinschießt, also Wir können noch leben, der Typ Oh mein Gott, wie, äh, ja Hardcore sind die eigentlich, oh mein Gott Und jetzt, ich hab's ja so Von überall Und so langsam wird auch Munition knapp, also Da lebt immer noch komischerweise, ja Ich weiss doch nicht, wie man so viele Schüsse Oh, oh Ich sage nur, 20-Mont-Drums-Street, ich hab' ihm den Schwanz abgeschossen ich bin noch irgendein Beamter auch verkauft hat verkauft hat nur noch drei Schüsse kommt Kopfschuss scheiße scheiße oh mein Gott ich hab die erste Mission verkackt wie peinlich ist das denn wie peinlich ist das denn wir spielen einfach nochmal neu das ist halt wirklich peinlich weil das ist die erste Mission ja das haben wir eigentlich schon gesehen so Kopfschuss warm Kopfschuss 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 ja okay das Spiel ist schon ein bisschen unlogisch aber es hat halt auch die nötigen Details die das Spiel so gut machen und ja ja das war glaube ich auch mal eines der besten Spiele des Jahres 2015 und wir sollten wirklich mal gut zielen weil wir haben wirklich nur begrenzt Munition was eigentlich auch logisch ist und wa was okay und hat schon Rückstoß was ich schon gut finde gemacht ich finde das schon irgendwie brutal weil er weiß nicht wo der Typ ist da ist er jetzt okay also der Typ bin ich quasi nur noch sieben Schuss und die müssen wir uns einteilen so das brauchen wir jetzt mal Gesundheit also Gesundheit geht ja mal vor ne 3 Schuss was braucht man für jemanden ja oh mein Gott lieber hätte es noch so auf ihn geschossen wie kommt man wieder hoch ja keine Ahnung hä wie kommt man wieder hoch lol ok ich geh jetzt lieber mal auf Nummer sicher im Moment dass niemand alarmiert ok ok ich würde mal sagen wir klären die alle von hier Ziel nicht getötet ok ja das finde ich schon mal cool wenn man äh Okay, gönnt euch diesen Typen. Was macht der? Ciao. Na, so lässt man also nach. Okay, passt. Okay, wo sind wenige Wachen? Sag ich jetzt mal. Ja, der ist auch. Da ist unsere Zielperson. Verbrechen wir den WRB-Markt, okay. Dafür muss ich jetzt bezahlen. Wie soll mit deinem Leben? Jetzt bin ich also Kapitän. Schnauze, oder? Verpiss dich doch mal, okay? Wir tüten jetzt jeden auf dem Schiff. Oh mein Gott, wie viele kommen da? Was an accident, so everybody can see. It wasn't an accident. Knickbrechen, ja. So einfach geht. Oh mein Gott. Ah, f*** dich. Oh. F***. F***, 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 f***. Und wo feuern die überall? Diesen Typen holen wir uns. Zwar auf. Alte James Bond-Manier. Zwar genau so. Oh ja. Oh ja. Oh Okay, läuft Was baut der da zusammen eine Waffe oder so? Keine Ahnung Das ist auf jeden Fall meine Waffe, okay, ja Okay Ich habe gerade den Null zugehört Aber Es juckt ja nicht, ne? Wir spielen ja nicht auf Story, oder? Ich habe übrigens Keine Ahnung, ob ich jetzt die Vollversion Eigentlich habe Oder, keine Ahnung Das ist die nächste Mission Und die heben wir uns für die nächste Folge auf Und ja, das heißt Wir sagen an der Stelle Ciao und bis zum nächsten Video Ich habe wieder